...Zeiten, kleine Strafzeiten und davon, dass die Peitinger sehr geschickt das Rosenheimer Angriffsspiel zerstören. Aber Zick. Ja, und da ist das 1 zu 0 für die Star Bulls Rosenheim. Durch Fabian Zick aus heiterem Himmel fällt das 1 zu 0 für die Star Bulls Rosenheim. Hier noch einmal die Wiederholung in dem 91, Fabian Zick über die Stockhand gleitet dem bisher sehr gut haltenden Peitinger Goalie die Scheibe ins Tor und rutscht an den Posten und dann ins Tor hinein. Aus der Übertorkamera können wir es wunderbar sehen. Schuss von außen von Zick und die Scheibe trudelt ins Tor. 1 zu 0 für die Star Bulls Rosenheim. 6,54 vor Ende des ersten Drittels. Das Tor durch den 91, Fabian Zick. Die Peitinger machen das sehr geschickt, stützen sich mit zwei Mann auf den Puckführenden Rosenheimer Spieler. Das Powerplay ist auch nicht schnell genug, ist nicht zügig genug, ist nicht dynamisch genug. Schuss von der blauen Linie. Ja! Und jetzt ein absoluter Hammer. Ein One-Timer. Was für ein Schuss von der blauen Linie. 2 zu 0 für die Star Bulls Rosenheim. Es war der Kapitän Tobi Draxinger. Wunderbarer One-Timer. In der Wiederholung keine Chance für den Peitinger Goalie. Was für ein Hammer. Schauen Sie doch mal, liebe Zuschauer. Voll ausgezogen. Ein brutaler Hammer. Schlägt ein im Peitinger Tor. Zur Freude der Rosenheimer Zuschauer. 2 zu 0 für die Star Bulls. Der Kapitän hat es gemacht. Kommt jetzt an den Puck. Aber auch ihm gelingt es nicht, die Scheibe kontrolliert auf das Peitinger Tor zu werfen. Ja, heute Abend geht es wohl nur über Einzelaktionen. Jetzt! Toll! Herausgespielt hinter dem Tor. Kommt der Puck nach vorne. 3 zu 0 für die Star Bulls. Das war eine dieser Aktionen, wie ich sie angesprochen habe. Überraschend kommt der Puck von hinter dem Peitinger Tor. Vor das Tor. Und es ist wohl Michael Beindl, wenn ich richtig sehe. Die Nummer... Nein, Daniel Boccheli. Entschuldigung. Daniel Boccheli lauert vor dem Tor. Kurz, trocken. Bringt er die Scheibe am Peitinger Goalie vorbei. Daniel Boccheli, hier sehen Sie ihn. Freistehen. Nur so kann es gehen. 3 zu 0 für die Star Bulls. Durch Daniel Boccheli. Damit dämt gehe ich, sind die Star Bulls auf die Siegerstraße endgültig eingezogen. Kann mir nicht vorstellen, dass die Peitinger heute Abend hier in der Lage sind, im Rosenheimer Stadion drei Tore zu erzielen. Gleich beginnen die letzten beiden Minuten. Im Rosenheimer-Ebilo-Stadion. Beindl ganz allein vor dem Tor. Versucht Rückhand die Scheibe aufzulegen. Schön. Jetzt ist es gelungen. So lange hat die Sturmreihe mit Michael Beindl und Michael Fröhlich dagegen gearbeitet. Chancen kreiert. Und jetzt hat es geklappt. Endlich aus Sicht der Rosenheimer. Beindl, schöner Move. Blick mit dem Backhander zurück. Und dann ist Fröhlich völlig frei. 4 zu 0 für die Star Bulls. Schöner Move von Beindl. Und Michael Fröhlich. Netztein. 4 zu 0 für die Star Bulls. Jetzt wird es noch ein klarer Sieg der Star Bulls. 4 zu 0 für die Star Bulls. Michael Fröhlich, der Torschütze, am heutigen Abend. Zwei Minuten und zwei sind noch zu spielen. Im letzten Drittel hier im Rosenheimer-Ebilo-Stadion. 4 zu 0 für die Star Bulls. Rekapitulieren wir noch einmal kurz. 1 zu 0 für die Star Bulls im ersten Drittel. Durch Fabian Zick. 2 zu 0 durch diesen One-Timer, durch diesen Hammer von Tobi Draxinger. 3 zu 0 für die Star Bulls im dritten Drittel. Und jetzt dann 4 zu 0 durch Michael Fröhlich. Die Star Bulls greifen noch einmal an. Thomas Reichl dreht allerdings ab. 4 zu 0. 1 zu 0 Fabian Zick. Erstes Drittel. 2 zu 0 Tobi Draxinger. 3 zu 0 und 4 zu 0. Dann im dritten Drittel. Die Fans zählen die letzten Sekunden herunter. Das Spiel ist aus. Die Star Bulls gewinnen. Völlig verdient mit 4 zu 0. Gegen den EZ-Pighting. Dieses Heimspiel. Dieses Duell der beiden bisher ungeschlagenen Mannschaften. Die Star Untertitelung des ZDF, 2020